Ja, dann möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüssen. Ich muss meine Lautstärke etwas nach... Ja, jetzt schon wieder weg. So, also, ich hoffe es geht. Und ich werde jetzt zunächst mal direkt gar nicht so viel zur Neutralität selbst sagen, sondern eigentlich in welchem Umfeld diese Neutralität stattfindet, weil Neutralität findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Dahinter steht ein Staat, der neutral ist. Und wenn dieser Staat nicht eine gewisse Stärke hat und nicht überzeugend auftreten kann nach aussen, dann wird auch die Neutralität zur Fass. Weil dann wird man abhängig von anderen Ländern und kann großartig über Neutralität sprechen, aber es bleibt dann in der Realität nicht viel davon übrig. Genauso wie von meinem Sound hier, da bleibt auch nicht viel übrig im Moment. Ich lege das mal hier hin. Also, weil das passt sich irgendwie immer automatisch an und wenn es zu weit weg ist, dann wird es zu leise und wenn es zu nah ist, wird es zu laut. Also, ich hoffe es geht jetzt. Und jetzt zunächst mal, was ist eigentlich überhaupt diese Situation der Schweiz? Wie hat sich das entwickelt wirtschaftlich? Und wie ist die Schweiz international verflochten? Und da schauen wir mal zunächst an, wie ist denn international überhaupt dieser Handel entstanden, der, wie wir hier sehen, sich sehr, sehr stark ausgedehnt hat. Wenn wir da seit 1870 schauen, das ist die blaue Linie hier, aber nicht so in einer schönen direkten Linie, sondern wir sehen mit einem Unterbruch zwischen den Weltkriegen, wo der Welthandel nochmals zusammengebrochen ist und dann erst zu den 1950er Jahren ging das dann wieder aufwärts, aber man hat erst zu Ende der 50er Jahre wieder das Niveau erreicht des Welthandels, das man schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte, wenn man das als Prozentsatz betrachtet des Bruttoinlandproduktes. Und das liegt daran, wie wir hier sehen, natürlich an den gesunkenen Kosten des Handels, aber die sind dazwischendurch wieder mal angestiegen und das hängt damit zusammen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, nach dem Ersten Weltkrieg, ja, dieser ganze Gold-Standard nicht mehr funktioniert hat, den man vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Das heisst, es gab da fixe Wechselkurse und dann hat man versucht, das nochmals einzuführen, also die Währungen an das Gold zu binden, nach dem Ersten Weltkrieg. Da war aber das Pfund viel zu hoch bewertet, deshalb hat das nie so richtig funktioniert. Und dann kam noch die Weltwirtschaftskrise nach dem Börsencrash 1929, also zu Beginn der 30er Jahre. Und das hat dazu geführt, dass die vielen Länder wirtschaftliche Probleme bekommen haben. Sie haben darauf reagiert, indem sie versucht haben, ihre Währungen abzuwerten und damit ihre Güter billiger zu machen im Ausland. Und das hat eine eigentliche Abwertungsspirale in Gang gesetzt. Die USA hat ihre Währung abgewertet, andere Länder haben damit reagiert, indem sie ihre eigene Währung auch abgewertet haben. Das gab so eine Spirale nach unten. Alle Güter wurden billiger dadurch. Und wie hat man sich dagegen gewehrt? Ja, indem man auf der anderen Seite wieder Zölle erhoben hat. Das heisst, da wurde nochmal eine ganz starke Erhöhung der Zölle eigentlich eingeleitet in dieser Zeit, was dann den Welthandel nochmals ziemlich dezimiert hat. Und er war dann so in den 30er Jahren wieder auf ein Viertel geschrumpft dessen, was er hatte vor dem Ersten Weltkrieg. Und erst seither haben wir eigentlich diese relativ lineare Entwicklung hin zu immer mehr Handel, immer mehr Freihandel. Das hängt eben damit zusammen, dass die Kosten gesunken sind. Wie wir hier nochmal sehen, die Kosten für Seefracht, Lufttransport, aber auch die Kommunikationskosten. Das ist, wie gesagt, der eine Punkt. Und der andere ist eben die Zölle. Und hier sehen wir das noch einmal, diese Entwicklung. Zölle waren hoch zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Hauptsächlich auch deshalb, weil das war die wichtigste Einnahmequelle des Staates. Ursprünglich gab es ja noch nichts, Steuersysteme, wo man Einkommenssteuern da deklariert hat. Das hat sich erst nach und nach entwickelt. Es ist viel einfacher, wenn man einfach jemanden an die Grenze stellt und der hebt dann die Hand hin. Und jeder, der irgendetwas da ins Land importiert, muss halt was bezahlen. Und das wurde dann aber im Verlauf der Zeit weniger wichtig als Einnahmequelle und deshalb auch diese Senkung der Zölle. Aber auch hier sehen wir nochmal diesen starken Anstieg da in den 1930er-Jahren dann. Und erst seither haben wir diese Entwicklung hin eigentlich zu einem ständigen Abbau der Zölle. Eine Entwicklung hin zu Freihandel, weniger Protektionismus. Und damit hat natürlich dieser internationale Handel dann insbesondere auch in der Schweiz stark an Bedeutung gewonnen. Das hat man dann auch versucht, mit sogenannten multilateralen Handelsabkommen zu sichern, indem dort immer mehr gemeinsame Anstrengungen unternommen würden, die Zölle für alle beteiligten Länder zu senken. Zuerst war das noch das GATT, also das General Agreement on Tariffs and Trade. Und daraus wurde dann später die World Trade Organization, also die Welthandelsorganisation. Und diese Runden, die haben dann immer den Namen des Ortes, wo sie stattgefunden haben. Ich bin vorsichtig geworden. Und wir sehen hier diese Namen, die da erwähnt sind. Und besonders wichtig ist dann diese sogenannte Uruguay-Runde, da in den 80er-Jahren bis in die 90er-Jahre, weil da wurde dann eigentlich erstmals auch die Landwirtschaft mit einbezogen. Vorher hat man eigentlich immer gesagt, landwirtschaftliche Güter, die sind ein Spezialfall, die kann man nicht gleich behandeln wie andere Güter. Und da wurde dann gesagt, nein, Freihandel muss auch für landwirtschaftliche Güter gelten. Und das hat dann dazu geführt, dass die nächste Runde da in Katar oder Doha-Runde katastrophal gescheitert ist. Das ist an der Landwirtschaft dann auch gescheitert. Also seither hat man eigentlich ständige Probleme. Und weil diese Doha-Runde dann eben gescheitert ist, sind diese multilateralen Anstrengungen für mehr Freihandel im Wesentlichen gestorben. Die WTO schläft im Moment. Und deshalb auch das Bestreben, auch der Schweiz im Moment immer mehr bilaterale Freihandelskommenden abzuschliessen. Nicht, weil es geht eben im Moment nur noch auf diesem Wege. Und der Bundesrat hat da ja auch erhebliche Anstrengungen unternommen, jetzt mit diversen Ländern da weitere Freihandelsabkommen abzuschliessen. Wenn wir dann schauen mal die Weltproduktion der Güter, das ist das hier und im Vergleich dazu den Handel, den internationalen Handel, dann sehen wir immer mehr Güter werden über die Grenze hinweg verkauft. Das ist ein immer grösser Teil der Weltproduktion, die natürlich auch angestiegen ist, wird in andere Länder verkauft. Das heisst eine zunehmende Spezialisierung der Länder. Man konzentriert sich eben auf bestimmte Güter. Und damit wird der Handel dann eben intensiver. Und was wird vor allem gehandelt? Wir sehen die Rohstoffe, Landwirtschaftsprodukte, da wurde zwar auch immer mehr gehandelt, aber das ist gar nicht so stark der Anstieg. Da sind vor allem die Fertigwaren, die da insgesamt zugenommen haben. Das heisst produzierte Güter, die eben grenzüberschreitend gehandelt werden. Welche Güter sind das vor allem? Da sehen wir, ganz oben stehen die chemischen und auch pharmazeutischen Produkte, die sind auch mit dabei. Und da ist natürlich die Schweiz auch ganz vorne mit dabei. Also wir sind genau da dabei, wo eigentlich das Wachstum am allerstärksten war, bei den pharmazeutischen Produkten. Die machen heute den grössten Anteil am Welthandel. Dann sind es eben vor allem Geräte, die mit Kommunikation zu tun haben, Maschinen, Autos und so weiter. Und das Einzige, was eigentlich zurückgegangen ist, relativ, das ist das hier, der Öl, Gas, da geht der Anteil zurück am Welthandel. Also wir haben immer mehr eigentlich bronzierte Güter, die hier diesen Handel ausmachen. Jetzt zur Schweiz. Wie sieht der Handel der Schweiz aus? Hier sehen wir das Handelsbilanzsaldo. Das heisst, da sind die Güter drin, aber nicht die Dienstleistungen. Die Dienstleistungen werden natürlich auch immer mehr über die Grenze hinweg gehandelt. Aber hier konzentrieren wir uns über die Güter. Und da sehen wir schon diese enorme Bedeutung der chemisch-pharmazeutischen Produkte. Ein echt enormes Wachstum hier im Handelsbilanzsaldo. Das heisst aber gleichzeitig, es wurde immer mehr exportiert. Und wenn wir unsere Exporterlöse heute anschauen in der Schweiz, dann stammt über 50 Prozent allein von pharmazeutischen Produkten. Also unser ganzer Handel, internationaler Handel mit Gütern, wird heute dominiert durch die pharmazeutische Branche. Das war in den 1990er Jahren noch nicht so. Damals war noch die Maschinenindustrie eigentlich die wichtigste Industrie für den Export. Die ist aber inzwischen so auf einem Prozentsatz von etwas über 10 Prozent. Also die hat nicht mehr diese Bedeutung, die sie einmal hatte. Und unser ganzer Exporterfolg in den letzten Jahrzehnten hängt ganz wesentlich an dieser pharmazeutischen Branche. Und wir sehen aber auch schon, wenn wir den Gesamthandel dann anschauen, die Schweiz hat da einen erheblichen Überschuss. Das heisst, wir exportieren wesentlich mehr, als wir importieren in der Schweiz. Und das deutet schon darauf hin, wir sind eines der Länder, die ganz stark profitieren von diesem internationalen Handel. Was sind unsere wichtigsten Handelspartner? Ja, das sind natürlich zunächst mal die umliegenden Länder. Deutschland, Frankreich, Italien. Und mit allen diesen Ländern haben wir aber ein Defizit. Also wir erzielen nicht den Überschuss mit den umliegenden Ländern, sondern hauptsächlich mit den USA und dann mit dem Rest der Welt. Aber mit der EU als Ganzes, da gibt es ein Defizit in der Schweiz. Also da importieren wir mehr, als wir exportieren. Und wenn wir es aber gesamthaft anschauen, nicht mehr als um die 60% des Handels findet mit der EU statt heute. Also das heisst, der Euro ist die absolut dominierende Währung, wenn es um den Aussenhandel geht, der Schweiz. So, und hier nochmal das etwas kurzfristiger dargestellt. Da sehen wir den grossen Anteil der EU. Ohne Deutschland, Deutschland allein, da ist auch der rote Teil. Aber das Interessante ist jetzt, wenn wir die Entwicklung anschauen, seit 2009, dann sehen wir, wo es vor allem die Zunahme erfolgt ist. Das ist da mit der NAFTA, das heisst USA, Kanada, Mexiko. Aber in erster Linie ist es natürlich die USA, wo wir da exportieren. Und das ist wieder vor allem pharmazeutische Produkte, die in grossem Stil mehr exportiert wurden in die USA, in diesem Zeitraum. Also das hat deutlich hier zugenommen. Und das deutet auch schon darauf hin, nicht, wir sind in einer gewissen Weise natürlich auch von den USA heute abhängig, in dem Sinn, das ist einer unserer wichtigsten Exportdestinationen. So, hier noch allgedeutet in diesem Cartoon ist, you drive a Japanese car, drink French wine, eat Chinese food, own an American computer, buy Canadian lumber, vacation in Mexico, how can you be against free trade? Auch die Schweiz sieht ja so aus, als ob es eines der Länder ist, das extrem profitiert von diesem Freihandel, wenn wir das angeschaut haben. Und jetzt muss man das aber noch ein bisschen genauer anschauen, worauf denn das genau beruht, dieser Erfolg. Und da geht es jetzt um die globalen Wertschöpfungskette. Und das ist, dass der Handel zum Teil gar nicht mehr so stattfindet, wie wir uns das so klassisch vorstellen. Das Einland spezialisiert sich auf dieses Gut, also wir in der Schweiz auf pharmazeutische Produkte zum Beispiel, dafür verzichten wir auf Autos, Deutschland konzentriert sich auf Autos, und dann tauschen wir das nachher, und das ist dann der Handelsvorteil. Es zeigt sich, dass dieser Handel immer mehr eigentlich stattfindet entlang der Wertschöpfungskette. Und dass man sich gar nicht mehr eigentlich so stark spezialisiert auf ein bestimmtes Gut, sondern auf bestimmte Stufen innerhalb der Wertschöpfungskette. Und das sehen wir schon mal daran, dass der Handel mit den Zwischenprodukten wesentlich schneller steigt oder zugenommen hat, als der Handel mit den Endgütern. Das heisst, ein grosser Teil des Handels heute findet mit sogenannten Zwischenprodukten statt, die dann in anderen Ländern weiterverarbeitet werden. Und das sehen wir auch hier noch einmal, wenn wir das Wachstum anschauen, hier, sehen Sie jetzt oben nicht, da ist gerade das Jahr abgedeckt durch diese Lampe hier, aber ich weiss jetzt nicht mehr, was das ursprüngliche Jahr war, zu Beginn irgendwie dieses Jahr tausends und der heutige? 1995. 1995, okay. Und wir sehen auch in der Schweiz, nicht, der Handel mit den Zwischenprodukten, das heisst, die Exporte sind das hier nicht, da ist wesentlich stärker gewachsen als mit den Endprodukten und das ist etwas, was wir in praktisch allen Ländern beobachten. Das heisst, alle diese Produkte, die werden nachher dann weiterverarbeitet. Und besonders deutlich ist, dass, wenn wir die EU als Ganzes mal anschauen, nicht, was exportiert die EU und was importiert die EU. Die EU importiert, sagen wir, ganz grossen Teil, nicht über 60 Prozent Zwischenprodukte, was sie dann exportiert, ist etwas weniger als Zwischenprodukte, noch etwas über 50 Prozent, weil sie natürlich sozusagen häufig auf die Endstufe sich spezialisiert hat, dieser Güter und damit dann auch in der typischen Situation ist, eben eines Industrielandes. Und wenn wir so ein typisches Produkt anschauen, heute einmal, das ist das Beispiel iPhone 4, entspricht nicht mehr genau dem iPhone, wie es jetzt produziert wird, soll ich das andere nehmen? Also kurze technische Störung gibt es heute nicht mehr beim Fernsehen, aber früher gab es das manchmal, also diese made- und kurze technische Störung. Also wenn wir da, jetzt muss ich etwas weiter weg machen, wenn wir da schauen, bei iPhone, dann ist das ja eigentlich mal ein Produkt, das in den USA hergestellt wird und von dort dann auch exportiert wird, dann wissen wir aber, das wird zu einem grossen Teil in China gemacht. Wenn wir aber genauer schauen, ist der Anteil von China gar nicht so gross, sondern China setzt wieder Vorleistungen aus, aus Korea, Deutschland, Frankreich, Japan und anderen Ländern, die da ganz wesentlich beteiligt sind. Dann nachher kommen wir da zum Handen China-USA, da wird das dann verkauft, zu einem Preis von knapp 200 Dollar in die USA. Und dann sehen wir auch, wo die ganz grosse Wertschöpfung dann tatsächlich ist. Die ist in den USA bei der allerletzten Stufe. Am Schluss wird dann dieses iPhone verkauft, von einem Preis von etwa 600 Dollar und davon hat fast die Hälfte dann an der Wertschöpfung Apple selbst. Also ist es gut, wenn man irgendwie da positioniert ist, wo Apple positioniert ist. Und das Gute jetzt in der Schweiz ist, dass wir auch da positioniert sind. Und das ist jetzt diese sogenannte Smile-Kurve. Wo findet denn die Wertschöpfung tatsächlich statt? So, wenn wir uns das anschauen, entlang der Produktion eines Gutes. Dann stehen am Anfang die Dienstleister vor der Herstellung. Das ist mal die Entwicklung des ganzen Produktes, also die Forschung. Dann die Entwicklung von Prototypen und so weiter. Das sind die ganzen Dienstleistungen vor der Herstellung. Dann kommt die eigentliche Produktion und am Schluss kommen dann die Dienstleistungen nach der Produktion. Das ist das ganze Marketing, Branding, der Verkauf dieser Produkte. Und wenn wir da in den 1970er Jahren geschaut haben, dann sehen wir, das ist relativ gleich noch verteilt über diese drei Wertschöpfungsstufen. Das ist natürlich vereinfacht. In Wirklichkeit sitzt noch viel mehr. Stufen, aber wir können die so zusammenfassen. Und in der neuesten Zeit sehen wir, da ist ein immer deutlicheres Smile draus geworden. Das ist das hier. Und das heisst, man verdient viel am Anfang der Wertschöpfungskette und man verdient viel am Ende der Wertschöpfungskette und man verdient nicht viel mit der eigentlichen Produktion. Und wo ist jetzt die Schweiz? Ja, die Schweiz ist vor allem hier und hier. Damit ist eigentlich schon ein grosser Teil unseres heutigen wirtschaftlichen Erfolges erklärt. Wir produzieren nicht, weil diejenigen, die produzieren, die sind meistens dann hier und damit macht man nicht sehr viel Geld. Das heisst, die Schweiz ist sehr innovativ. Sie schneidet ja da regelmässig auch sehr gut ab bei diesem Global Competitiveness Report. Das heisst, wir entwickeln viel neue Produkte, sind also stark hier. Und dann die eigentliche Produktion, die haben wir so einen grossen Teil outgesourced. Die finden irgendwo im Ausland statt. Und wir machen aber dann wieder sozusagen das Branding, das Marketing. Das wird dann im Idealfall als hochwertiges Schweizer Produkt nachher verkauft. Und da ist natürlich die grosse Wertschöpfung drin. Und jetzt, warum ist das so? Warum ist das hier geritten? Ja, das tendiert eben zur Standardisierung, die Produktion. Und das heisst, da gibt es globale Konkurrenz. Da spielt dann eine Rolle, wo findet das am billigsten statt? Die erste Industrie, wo das in großem Stil stattgefunden hat, war die Textilindustrie. Die ist immer dahin gegangen, wo es am günstigsten war. Aber andere Industrien sind dem gefolgt. Und so sehen wir, dass zwar dann immer günstiger produziert werden konnte, aber das heisst gleichzeitig immer weniger Wertschöpfung. Also da, wo produziert wird, da macht man nicht mehr viel Geld. Weil wenn man da die Preise anhebt, dann geht es halt in ein anderes Land. Am Anfang der Wertschöpfungskette hingegen, da ist die Konkurrenz nicht gross. Es gibt nicht so viele, die wirklich erfolgreiche Produkte entwickeln können. Und es gibt auch nicht so viele, die ihre Produkte als hochwertige Güter mit hoher Qualität verkaufen können. Und das heisst, wir sind da eigentlich genau am richtigen Ort, wenn man das anschaut heute. Deshalb wird auch, wenn man das anschaut hier, wer profitiert wirklich von der Globalisierung, dann ist die Schweiz da ganz vorne mit dabei. Also das ist eines der Länder, die am stärksten profitiert von der Globalisierung. Wie man das ganz konkret hier ausrechnet, da kann man Fragezeichen setzen. Aber von der Tendenz her ist es sicher so. Und wir sehen, dass obwohl wir wenig produzieren in der Schweiz, ist trotzdem die Wertschöpfungsanteile immer noch hoch. Nicht Textil, wir produzieren fast keine Textilien mehr in der Schweiz, ausser ganz spezialisierte Textilien für spezielle Zwecke. Trotzdem ist noch über 50% der Wertschöpfung in der Schweiz bei Textilien. Das ist einfach, weil wir es am Schluss als irgendwelche Produkte dann hier verkaufen, wo der Schweizer Handel davon profitiert oder je nachdem auch die Schweizer Firma, die das Branding macht. Und bei der chemischen pharmazeutischen Industrie genauso. Es ist ja nicht so, dass wir wirklich da die ganzen pharmazeutischen Produkte in der Schweiz auch produzieren. Die werden natürlich zum grossen Teil auch im Ausland produziert. Also die ganzen Produktionsvorgänge, die standardisiert sind, finden nicht in der Schweiz statt. Und erst dann das, wo es wirklich darauf ankommt, das macht man in der Schweiz. Aber man kann es nachher natürlich zu hohen Preisen verkaufen. Das ist tendenziell, wenn wir dann darüber gehen, dass von dem, was wir in der Schweiz dann exportieren, da bleibt tatsächlich der grösste Teil der Wertschöpfung auch in der Schweiz. Das heisst, da müssen wir nicht den grössten Teil eigentlich wieder dann ausgeben für Importen, sondern der Anteil ist relativ klein. Also der Wohlstand steigt in der Schweiz. Ja, und daher noch ein Beispiel. Was ist das absolut erfolgreichste landwirtschaftliche Exportprodukt der Schweiz? Das ist Kaffee. Das hat jetzt natürlich die Schweizer Bauern sehr gefreut, dass ihr Kaffee endlich auch im Ausland Anklang findet. Ja, ihr könnt aber lange suchen in der Schweiz. Es gibt bei uns keinen Kaffee. Und das heisst, das ist genau deshalb auch ein Erfolgsprodukt. Genau, weil es den Kaffee nicht in der Schweiz gibt. Das heisst, ich kann den billig importieren aus dem Ausland. Nicht billige Rohstoffe. Möglichst schon verarbeitet, sodass nur noch die allerletzte Produktionsstufe in der Schweiz gemacht werden muss, das Rüssen. Dann füllt man es in Kapseln ab. Und dadurch gewinnt der Kaffee unglaublich einen Wert, dass er plötzlich in Kapseln drin ist. Dann kann man ihn zu viel höheren Preisen nachher verkaufen. Ein Erfolgsprodukt von Nestlé. Das zeigt, wo die Wertschöpfung eben tatsächlich dann stattfindet. Und ich habe das mal so zusammengefasst. Nichts, sozusagen von Bruttoinlandprodukt zur Bruttoinlandorganisation. Eigentlich würden wir in der Schweiz besser von Bruttoinlandorganisation sprechen. Weil den grössten Teil des Geldes verdienen wir eigentlich nicht mehr damit, dass wir jetzt Güter produzieren, sondern vielmehr damit, dass wir das Ganze organisieren, dass wir das Ganze optimieren, Controlling machen, Forschung machen, beraten und so weiter. Also wir sind nicht mehr eigentlich diejenigen, die produzieren. Und das macht uns aber reich. Wir sind vor allem eben am Anfang und am Ende der Wertschöpfungskette tätig. Und das ist nun die Situation, unter der wir uns heute befinden. Und das hat aber den negativen Effekt, sozusagen, ich muss nochmal eins zurück, dass das natürlich Auswirkungen hat auf die Versorgungssicherheit und auch auf unsere Neutralität. Ja, ich lasse das weg aus der Zeitgründe. Also, nicht die Schweiz müsste eigentlich, wenn wir da diesem Argument folgen würden, der komparativen Vorteile, die landwirtschaftliche Produktion aufgeben. Das lohnt sich nicht in der Schweiz. Alle Lebensmittel können billiger im Ausland anbauen und dann importieren. Und das heisst, die Opportunitätskosten sind viel zu hoch. Was heisst das? Das heisst, in der Landwirtschaft ist die Wertschöpfung pro Beschäftigten im Jahr bei etwa 30.000 Schweizer Franken. Wenn wir in Erfolgsbranchen gehen, wie in der Schweiz, in die pharmazeutische Industrie oder die Finanzindustrie, ist das bei 300.000 Schweizer Franken im Jahr. Also, etwa zehnmal mehr würde heissen, die wenigen Bauern, die da nur weniger Wert schaffen, die sollten auch in die pharmazeutische Branche gehen oder in die Finanzindustrie, schaffen dann viel mehr Wert. Dann können wir alles billiger importieren und haben immer noch mehr Einkommen zur Verfügung, wo wir uns weitere Dinge leisten können. Das wäre die eigentliche rein wirtschaftliche Argumentation. Aber in der Schweiz spielt etwas anderes auch noch eine Rolle und das ist die Versorgungssicherheit. Und das heisst, wir leisten uns in der Schweiz sozusagen den Luxus, dass wir eine Landwirtschaft eigentlich als ein Entscheid gegen den Markt am Leben erhalten. Und diese Erhaltung der Landwirtschaft, die basiert auf zwei Säulen. Das eine sind die Direktzahlungen, die wir an die Landwirtschaft leisten. Und die zweite Säule, das ist der Grenzschutz. Also wir haben Sachen wie Vorzölle und auch gewisse Importbeschränkungen. Durch das wäre jetzt hier die Situation, wie würde es denn aussehen, wenn in der Schweiz die Bauern wirklich ihre Produkte verkaufen müssten, zu den Preisen, die wir bezahlen, wenn wir sie im Ausland einkaufen. Das heisst, da würden sie so ungefähr die Hälfte bekommen. Und die andere Hälfte, das basiert auf Grenzschutz und auf den Direktzahlungen. Und das fußt in erster Linie die Begründung, warum wir das tun, auf der Versorgungssicherheit. Das ist der älteste Grund in der Schweiz, warum man die Landwirtschaft am Leben erhält. Die anderen eher ökologisch orientierten Gründe sind dann erst später dazugekommen, vor allem auch der Erhalt der Kulturlandschaft. Und das hat nun auch einen historischen Hintergrund. Weil im 19. Jahrhundert, da hat die Schweiz schon mal weitgehend eigentlich die Versorgung aufgegeben, vor allem mit Getreide und einigen anderen Produkten. Und dann ist aber im Ersten Weltkrieg eine Knappheit entstanden. Das heisst da vor allem Winter 16, 17, durch Kartoffeln, Milch, Getreide wurde knapp. Und die Grundversorgung ist zusammengebrochen. Und das war ja dann auch mit ein Grund, warum die SWIL überhaupt begründet wurde. Also die Vereinigung, die das heute hier organisiert. Weil man sich gesagt hat, so etwas darf sich nicht wiederholen, eine solche Situation. Wir müssen schauen, dass wir uns mit grundlegenden Nahrungsmitteln selber versorgen können. Hier sehen wir nochmals die Porte, dann den Kriegsjahren. Nicht bei all diesen Produkten, die sind da massiv plötzlich dann zurückgegangen. Die haben dann nichts mehr exportiert, diese Länder. Die Schweiz ist sich ihrer Abhängigkeit schmerzlich bewusst geworden. Nicht da ist noch so eine Plakat aus dieser Zeit. Und Trauerbotschaft, sich betrübt setzen wir unserer Verwandten in Kenntnis, dass gestern Abend Leuner, unser unvergesslicher Schwager und Schwägerin, Ruhe, die Brotleib und Marie Ankenhafen infolge einer nicht alltäglichen Operation hochbetagt und elend zusammengeschrumpft sind. Da hat man das für etwas karikiert, diese Situation, die da entstanden ist. Inzwischen hat sich das etabliert, diese Landwirtschaftspolitik. Das heisst, wir haben gesagt, Versorgungssicherheit ist wichtig. Und hier sehen wir dann den Selbstversorgungsgrad der Schweiz. Der ist dann wieder angestiegen, natürlich vor allem im Zweiten Weltkrieg, als man die Anbau-Anschlacht hatte. Aber auch heute sind wir da auf einem Niveau von ungefähr 60 Prozent brutto. Und das heisst, die Versorgungssicherheit ist heute früher, als sie es war vor dem Ersten Weltkrieg. Wir sind wieder stärker seitens Versorgung als vor mehr als 100 Jahren. Das ist gar nicht so einfach, weil die Schweiz eben zu den Ländern gehört, die relativ wenig Landwirtschaftsfläche pro Kopf hat. Und man sieht natürlich, der Selbstversorgungsgrad ist typischerweise umso gröner, je höher diese Fläche ist pro Kopf und dann auch in schwierigen territorialen Verhältnissen in der Schweiz. Das heisst, das braucht natürlich einen enormen Aufwand in der Schweiz, um das hier zu realisieren. Nicht, obwohl er im Vergleich zu anderen Ländern relativ klein ist, dieser Selbstversorgungsgrad. Dann der andere Punkt, der immer eine Rolle spielt, ist die Energie. Da sind wir natürlich wesentlich stärker vom Ausland abhängig. Aber auch hier, die Abhängigkeit hat er abgenommen in letzter Zeit. Das ist noch etwa 70 Prozent aus dem Ausland. Und wenn wir dann die Stromversorgung anschauen, da sind wir hauptsächlich dann doch Selbstversorger. Ausser natürlich im Winter. Da müssen wir zum Teil importieren. Aber im Normalfall nicht mehr als 20 Prozent der Energie. So, ich übergehe das hier jetzt aus Zeitgründen. Ja, was heisst jetzt das für Neutralität, diesen freien Handel? Nicht, die Frage ist ja hier, beinhaltet Neutralität das Recht auf freien Handel mit allen Staaten, auch bei Konflikten? Und da die Antwort aus diesem schon erwähnten Bericht zur Neutralität aus dem Jahr 1993. 1990, ja, nicht grundsätzlich im Neutralen steht das Recht auf freiem Wirtschaftsverkehr und auf unbehinderten, privaten Handel zu Land und zur See mit allen Staaten, auch den Kriegführenden zu. Auf der anderen Seite darf der neutrale Staat selbst nicht direkt an Kriegen teilnehmen und kriegführenden Staaten weder mit Streitkräften noch Waffen beistehen. Das heisst, eigentlich ist der Handel oder die Wirtschaft nicht direkt tangiert durch diese Neutralität. Das war eigentlich schon immer die Auffassung. Und wenn wir es jetzt mal anschauen im Zusammenhang mit der Wirtschaft, dann kann man sagen, die Neutralität ist eigentlich für die Schweiz etwas, was den internationalen Handel erleichtert und sich als ein spezifischer Vorteil erwiesen hat. Die Schweiz muss sich nicht von bestimmten Handelspartnern abhängig machen. Nicht, weil es eben einseitig irgendwo in einem Blog steht, sondern sie kann mit allen Handeln betreiben. Und das hat natürlich seine Grundlage auch wieder in der Neutralität. Umgekehrt ist aber auch die Versorgungssicherheit eine wirtschaftliche Voraussetzung zur aufreichter Haltung der Neutralität. Weil wenn man nichts hat selber, dann wird man halt abhängig von denjenigen, die etwas haben. Man muss dann halt sich anpassen. Auch solche Freihandelsverträge finden ja nicht in einem interessenfreien oder in einem machtfreien Raum statt. Ganz kleiner Exkurs noch. Nicht das allererste berühmte Freihandelsabkommen wurde abgeschlossen zwischen Portugal und England im Jahr 1703. Und da hat Portugal sich bereit erklärt, alle Handelsbeschränkungen aufzuheben für englisches Tuch. Und auf der anderen Seite haben die Engländer den Portugiesen einen Vorzugszollgewert für portugiesischen Wein. Was noch bis heute erklärt, warum Portwein so beliebt ist in England. Das war in Niedertürzölle als für französischen Wein. Was war das Resultat dieses Handelsvertrags? Im Wesentlichen der Abstieg Portugals als wirtschaftliche Macht und der Aufstieg Englands zur wirklich bedeutenden Welthandelsmacht. Kann man sich mal fragen, warum haben denn die Portugiesen diesem Vertrag zugestimmt? Ja, sie haben eben nicht so ganz freiwillig zugestimmt. Die Engländer haben sie unter Druck gesetzt, und zwar mit der militärischen Unterstützung für die Flotte. Die Portugiesen waren in einem Konflikt mit den Spaniern. Und die Engländer haben ihre Unterstützung abhängig gemacht davon, dass eben die Portugiesen diesen Freihandelsvertrag unterschrieben haben. Also, wenn man eben abhängig wird, dann ist es nicht mehr weit her mit grossen Prinzipien. Und gerade weil die Schweiz dermassen stark in den Welthandel eingebunden ist, entsteht dann aber auch ein starker Druck auf Branchen der lokalen Versorgung, also die Landwirtschaft. Und das ist dann auch immer ein Problem bei diesen Freihandelsabkommen, die ich vorhin erwähnt habe. Da wird immer die Landwirtschaft dann zum Problem. Weil die Länder, mit denen wir diese Abkommen schliessen, die würden halt gerne da landwirtschaftliche Produkte auch in die Schweiz exportieren. Dann kommt natürlich immer die Frage, ist das nicht einfach ein Opportunismus dieser Neutralität und ein Freipass zum Handeln mit allen? Da gab es ja diesen Artikel von Lukas Perfuss im Blick, was immerhin dazu geführt hat, dass auch der Blick sich mit dieser Frage beschäftigt. Also Neutralität ist das Freihandelsabkommen mit der Kommunistischen Partei Chinas. Es zwingt den hiesigen Unternehmen den chinesischen Markt auf. Wer im globalen Wettbewerb bestehen will, der muss seit 2014 mit der Kommunistischen Partei Chinas kooperieren. Das ist so auch eine verbreitete Sichtweise. Neutralität dient uns eigentlich nur als Vorwand, um wirtschaftliche Vorteile zu erlangen. Jetzt würde ich nicht sagen, dass das vollkommen frei ist von Opportunismus, Neutralität. Bei allen hehren Prinzipien ist immer auch irgendwo ein gewisser Opportunismus mit dabei. Aber es ist sicher nicht das, was jetzt im Zentrum steht. Dazu würden wir die Neutralität nicht benötigen in der Schweiz, um Handel zu betreiben mit diversen Wirtschaftspartnern. Sondern es ist natürlich so eine etwas ungeschickte Argumentation, würde ich sagen, die manchmal mit der Neutralität betrieben wird. Und man sollte Neutralität nicht eigentlich damit begründen, dass es der Schweiz wirtschaftliche Vorteile bringt. Die bringt es dann zwar ganz indirekt, aber das sollte nicht im Zentrum stehen. Also man sollte die Neutralität nicht damit begründen, dass das für die Schweiz wirtschaftlich jetzt von grossem Vorteil ist. So, Fazit. Die Schweiz ist einer der grossen Gewinner der Globalisierung und profitiert auch stark davon. Aber diese Globalisierung schätzt wiederum die lokale Versorgung mit Lebensmitteln unter Druck. Und da gibt es eben einen Widerspruch zwischen Freihandel und Versorgungssicherheit, den man auch offen ansprechen muss. Das geht eben nicht alles immer so schön auf. Und die Neutralität begünstigt den Freihandel in der Schweiz, aber sie verlangt auch die Versorgungssicherheit. Und ohne diese Versorgungssicherheit machen wir uns von anderen Ländern abhängig und dann wird auch die Neutralität zur Fass. Aber eine immerwährende Neutralität, so wie es erwähnt wurde vorher, ist ein Garant der Stabilität des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Und sie hat damit eben indirekt, nicht dadurch einfach, dass wir jetzt Vorteile haben, mit gewissen Ländern auch noch handeln zu können, sondern eigentlich als ein Standortvorteil der Schweizer Wirtschaft auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Nicht zuletzt deshalb gilt die Schweiz auch als sicherer Staat. Vielen Dank. Letztes Bild noch vergessen. Das deutet so ein bisschen darauf an, die Neutralität wird zum Schweizer Käse, aber das sieht man eben von außen nicht. Dieser Käse ist ja abgedeckt und das deutet eben so ein bisschen darauf hin, auf das, was vorhin erregt wurde. Ich versuche die Neutralität anzuknarrt. Gut. Sie fragen? Herr Dr. Bismarck, eine Frage. Nachdem hier die Produktion so schlecht wegkommt, habe ich jetzt eine Frage. Im Jahr 2000 haben wir uns die Nobelpreisträger mitgeteilt, die Knowledge Base Society kommt, wir brauchen keine Produktion. Darauf ging alles nach Asien, recht und schön. Und heute sind wir in der Situation beispielsweise, dass Amerika gar keinen Krieg führen könnte, weil sie ja ihre Komponenten für ihre Waffen aus China importieren müssten. Die Chipproduktion ist in Taiwan, aber das wollte ich nicht. Ich wollte es jetzt folgendes fragen. Jetzt sagen Sie plötzlich, alles muss wieder zurück. Also die Nobelpreisträger haben vor 20 Jahren uns erklärt, es muss alles hinüber, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt sagen die anderen Nobelpreisträger, es muss alles wieder zurück. Wie darf man sich diese Diskrepanz zwischen 20 Jahren hin und zurück wissenschaftlich erklären? Ja, es ist natürlich jetzt nicht so, dass ich das schlecht gemacht hätte, denn die Produktion, es ist nur so, dass man kein Geld damit verdient, zu einem großen Teil. Das ist das Problem. Aber natürlich fußt alles auf der Produktion. Und ich versuche da gerade zu dieser Folie zu kommen, die ich vorher unterschlagen habe, weil die geht eigentlich auf das ein. Es ist ja nicht so, dass wir nicht mehr produzieren in der Schweiz, jetzt gar nicht mehr. Wir machen natürlich schon sehr viel spezialisierte Produktion und es gibt eine gewisse Tendenz, das ist das Letzte hier, dank der Digitalisierung, dass es dann plötzlich gar nicht mehr so darauf ankommt, wo die Produktion stattfindet. Weil wenn sie vollständig automatisiert ist, spielen die Arbeitskosten keine sehr große Rolle mehr. Also dann kann man es ja auch wieder in der Schweiz machen, weil das hat dann doch gewisse Vorteile, wenn das in der Nähe ist. Also es gibt auch eine gewisse Umkehr hier. Und wir sehen natürlich, dass erstens diese Versorgungssicherheit an Bedeutung gewinnt und dass aber strategische Interessen unterschiedlicher Wirtschaftsblöcke natürlich wieder stark an Bedeutung gewinnen im Moment. Und das heisst, wir wollen auch nicht mehr abhängig sein von China zum Beispiel. Also vor allem die USA will nicht abhängig sein von China, sondern wieder selber produzieren. Und das ist natürlich in einer gewissen Weise eine Umkehr dieser Tendenz, die wir hier gesehen haben. Also es ist nicht mehr diese, über lange Zeit hat man gesagt, immer mehr Freihandel, das führt zu einer immer besseren Welt. Wir können immer mehr da produzieren, wo es am günstigsten ist. Dadurch gewinnen wir alle mehr Wohlstand. Und jetzt sehen wir ja, das ist vielleicht doch nicht immer das Wichtigste, dass man da produziert, wo es am billigsten ist. Sicherheit spielt eine Rolle, da die Resilienz von Lieferketten. Und deshalb stehen wir im Moment so ein bisschen an einem Punkt, wo sich das zum Teil wieder umkehrt. Ich habe die These, dass das, was den Frieden erhaltet, ist der Handel. Sie machen keinen Krieg mit einem Partner, mit dem sie Handel machen. Und das sieht man ganz genau mit den Sanktionen. Die Sanktionen sind eine feige Kriegserklärung. Weil je mehr sich der Handel zurückzieht, umso eher kann man eine Situation herbeiführen, wo es zu einem kriegerischen Konflikt kommt. Und das heisst, die Chinesen müssen sich jetzt warm anziehen. Wenn sich der Westen zurückzieht von China, heisst das, dass der Westen im Sinne hat, einen Krieg zu führen gegen China. Ja, kommt natürlich immer etwas darauf an, unter welchen Bedingungen Handel stattfindet. Und gerade wenn wir China nehmen, die haben natürlich über lange Zeit ganz intensiv gehandelt mit allen. Aber natürlich auf diese Weise sich auch das ganze Know-how sozusagen angeeignet. Also man könnte auch von unfairem Handel zum Teil sprechen. Nicht alle ausländischen Firmen wurden zu Joint Ventures gezwungen in China und mussten sozusagen Know-how abliefern. Aber weil China so ein riesiger Markt ist und da wollte man nicht abseits stehen, haben natürlich alle gerne mitgemacht. Und jetzt, wo China dann in der Lage ist, sozusagen vieles auch selber zu machen, ist plötzlich das nicht mehr so das Wichtigste der Handel. Sondern jetzt stehen offenbar andere Dinge dort im Vordergrund. Und ich würde es deshalb nicht so pauschal sagen, dass Handel den Frieden immer dient. Tendenziell ja. Aber man muss immer schauen, unter welchen Bedingungen dieser Handel stattfindet. Wenn dann natürlich im gegenseitigen Interesse ist und Austausch, dann ja, dann ist es so. Aber zum Teil profitieren natürlich einseitig einzelne Länder auch vom Handel. Kurze Frage. Die Relokalisierung der Produktion unter Bedingungen steigender Energiepreise. Wie verträgt sich das? Ja, die Energiepreise, die steigen natürlich fast überall. Und es gibt natürlich gar nicht jetzt so viele Branchen, wenn wir in der Schweiz schauen, wo jetzt die Energiekosten wirklich dermaßen wichtig sind. Also in den meisten Branchen sind andere Kosten zentral. Es gibt schon ein paar energieintensive, wo das wichtig ist. Aber da sind relativ wenige. Und ich glaube jetzt nicht, dass in der Schweiz diese Energiekosten da einen wesentlichen Einfluss haben auf diese Entscheidungen hier. Ob man jetzt wieder in der Schweiz produziert. Natürlich ist es etwas teurer, aber das muss man immer sehen im Vergleich zum Risiko, das man hat. Zum Teil in anderen Ländern auch die Preisfluktationen. Also auch dort können die Energiepreise heute plötzlich relativ schnell ansteigen. Das mag in Einzelbranchen eine Rolle spielen, aber ich würde sagen, in der Mehrheit ist das nicht der wichtigste Punkt. Ja, natürlich können wir die Futtermittel mit einbeziehen und dann kommen wir auf den Netto-Sektor. Der Netto-Selbstversorgungsgrad, der liegt natürlich nicht bei 25 Prozent, sondern liegt ein paar Prozent tiefer. Der offiziell berechnete Netto-Selbstversorgungsgrad, der liegt um die 50 Prozent und der Brutto liegt um die 60 Prozent. Jetzt, wie er auf diese 25 Prozent kommt, keine Ahnung, er hat da wahrscheinlich noch irgendwelche Umweltleistungen oder etwas mit hineingerechnet. Aber ich würde sagen, das spielt gar nicht so die wichtigste Rolle, ob es dieser Selbstversorgungsgrad exakt 60 oder 55 Prozent ist. Wichtig ist, dass man sich mit wesentlichen Lebensmitteln selbst versorgen kann und dann gibt es natürlich Optimierungsbedarf. Wir sollten natürlich schon schauen, dass wir im Idealfall in der Schweiz auch die Lebensmittel so produzieren, dass sie nicht von Importen, von Futtermitteln im grossen Stil dann abhängig sind, weil sonst führt das auch zu einem Problem. Das war im Ersten Weltkrieg auch schon so. Da sehen wir, da sind auch die Importe dann zurückgegangen von diesen Futtermitteln, von Phosphaten, von Düngermitteln. Also da schaffen wir dann natürlich wieder eine Abhängigkeit und aus diesem Gesichtspunkt wäre es eben gut, wenn dann unsere Viehwirtschaft zum Beispiel in erster Linie eine graslandbasierte Viehwirtschaft ist, wo auch die Alpen tatsächlich wieder genutzt werden, weil die heutigen Hochleistungskühe können ja gar nicht mehr in die Alpen. Und das Bewährungswachstum wurde da berücksichtigt? Entschuldigung, das Bewährungswachstum wurde da berücksichtigt? Das, ja, das ist ja pro, also wird dann ja aufgerechnet pro Person. Die Gesamtfläche der Schweiz, die man landwirtschaftlich nutzen kann, wird ja immer kleiner, wenn immer mehr Leute hierher kommen. Das ist eigentlich durchaus ein Problem. Ja, ja, ich spreche auch von der bisherigen Entwicklung, nicht? Natürlich erzeugt das zusätzlichen Druck und das ist dann wieder eine andere Frage, nicht? Wollen wir eine 10 Millionen, 11 Millionen, 12 Millionen Schweiz? Also das ist ja so, als ob das naturgegeben sei, dass das einfach so kommt. Aber das müssen wir ja nicht unbedingt auch so realisieren. Also das ist ja dann eine politische Frage. Eine Frage, gerade die Landwirtschaft, die hochentwickelte Landwirtschaft ist doch sehr energieabhängig. Und wenn der Diesel doppelt so hoch der Preis ist als vor einigen Jahren, ja, dann kommt man doch in ein Problem. Ja, klar, also diese Anhängigkeit besteht auch, aber auch dort gibt es natürlich schon Optimierungspotenzial. Auch dort kann man natürlich verstärkt auf Elektromobilität umstellen und muss nicht zwangsläufig diese Geräte mit Diesel oder Benzin betreiben. Aber natürlich, da gibt es überall weitere Abhängigkeiten, die bestehen. Das bringen wir nie zu 100 Prozent hin. Also es geht ja darum, dass man das so einigermassen über eine bestimmte Zeit aufrechterhalten kann und damit auch nicht erpressbar wird und nicht abhängig wird innerhalb kurzer Zeit von irgendwelchen ausländischen Importen. Kann man eigentlich heute schon sagen, was das Mittragen der EU-Sanktionen gegenüber Russland für die Schweiz wirtschaftlich bedeutet? Oder ist das noch zu früh? Ich möchte dich auch nicht zu Spekulationen veranlassen. Ja, vielen Dank, dass du die Antwort schon selbst gegeben hast. Es ist zu früh. Gut, ich danke Professor Matthias Binzsang herzlich für dieses Referat über Neutralität und Versorgungssicherheit. Herzlichen Dank. Vielen Dank.